Werbung So, meine Damen und Herren, und nun zu den heutigen Lottozahlen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Zusatzzahl sieben. Na, geht's? Na, wieder nicht die sechs richtigen getippt? Ist doch gar nicht so schwer. Einfach bei diesem Podcast auf die 5 Sterne plus das Abo-Glöckchen tippen und schon haben sie garantiert sechs Richtige. Den Jackpot knacken sie allerdings mit einer Patenschaft oder Spende auf www.hof-sonnenweide.at Denn glückliche Tiere sind immer ein Gewinn. Werbung Ende